Fahrzeug des Vertächtigen Hallo Sorry, ich muss da durch Ey, das Driften ist schon echt beschissen gemacht Kurspolzei-Auto Hauen sie sofort das Fahrzeug an Ah, möglicherweise gehört das Oh shit Zu Zu einem der DLCs Glaube ich, fast Was? Frisst das Schön, Leute, Tazen Aber nicht wirklich gute Punkte HK PD SUV 20.000 Da rät man ja fast mit Geld Fahrzeugänder, kaufe Fahrzeug auf dem Grauen Markt, wenn dein Ansehen hoch genug ist Ich wollte gerade sagen, hier wird man ja fast mit Geld zugeschmissen Check, ich habe gehört, was passiert ist, mein Onkel trat dir jetzt, du sollst anrufen Trann, ich suche einen Spark, vielleicht steht in der Nähe des Bam Bam Clubs einer rum Bam Bam Clubs Könnten wir eigentlich auch gerade machen, aber Hier gibt es noch einen Kopf Sorry Fasche Taste Ein Kopf Auftrag Sorry Wollte ich nicht 100 Meter 100 Meter Können wir ruhig mal hinlaufen Ist ja nicht allzu weit Und was die blaue Akte ist, weiss ich auch gerade nicht Wahrscheinlich eine Story-Mission Im COP-Gebiet Ist jetzt hier der gleiche Auftrag nochmals Oder vielleicht was anderes Was ist das? Was? Was? Was hab ich jetzt denn hingeschmissen? Hä? Was? Der ist einfach weg Naja Gut Schlechte Entscheidung Egal, können wir nichts machen Den Der mit dem Schlachtermesser Feier Der macht mich fertig Scheiße, ich bin fast tot. Kommt schon Leute her. Ich muss konnten. Wie lange man das machen kann. Hat jemand was für mich? No. Shit. I'm dead. Shit. Go, go, go Leute. Angriff. Okay, das lief schon besser. Das lief auch besser. Sorry, du warst im Weg. Sorry. Haben wir es? Sieht so aus. Gut. Das lief gut, 3 Punkte, also 3 Sterne. Wir 20.000 CSI Outfit. Nice. Dann können wir hier gleich weitermachen mit einer Gefälligkeit. Hallo. So, uh, how's business? Not very good. Sales are way down. My shirts are just too boring. Hey, could you help me get some new design? I want to do a landscape series. Really capture was cool about the city. Yeah, sure. Give me a couple of classic shots. Email them over when you have them. Got it. Klar, gehen wir doch. Zum Tempel gehen. Ich denke mal, das dürfen wir hier nehmen, oder? Ich denke mal, das dürfen wir hier nehmen, oder? Null Motorräder fahren sich manchmal noch beschissen als Autos. Aber gut. Gut. Wir sind nicht allzu weit, zum Glück. Ich park mal hier. Und da ist also ein Tempel. No trespassing. Kurz für Thumbnail stehen geblieben, dass ihr euch fragt, warum ich das gemacht habe. Da gibt's noch einen Schrein. 3 von 15 gewunden. Also die Schreine müssen wir, glaube ich, finden, denn sonst wird das hier wahrscheinlich nichts mit der Lebensanzeige vor allem. Äh. Einfach hier hoch? Danke. 4 von 15. Das ist doch noch nicht zu Ende. Sorry. Kurz mal Falschtaste gedrückt. Und mich eigentlich gerade muten, aber dann bin ich auch auf den Beep-Knopf gekommen. Leider bin ich immer noch etwas krank und hat manchmal so Husenabfälle. deshalb genau was ist das können wir gar nichts machen aber wieso wird die blume so angestrahlt vielleicht für später mal irgendwas da hat auch noch was geblinkt geld koffer sage ich auch nicht ein dazu was hacken es ist kein zeit limit get 12 wars shit zwei nice 100.000 waaat wir haben gleich schon 100.000 hongkong dollar holy shit oh shit sorry wir haben 100.000 warte 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 das sieht doch ganz gut aus ja doch ist glaube ich noch eine statue die wir einsammeln können stadt und pick up gefunden gibt es sonst noch was spannendes hier auf dem belände wenn es schon so viele collectables gibt sorry wollte ich nicht den haben wir dann gibt es wahrscheinlich nicht mehr viel anderes hier doch da gibt es auch noch was 50.000 die sind ja steinreich schon das ist irgendwie in der fünften folge es würde in gta viel anders aussehen da müsste man sehr lange dafür arbeiten dass man schon über 100.000 hat aber gut das sage ich natürlich nicht nein dazu und weiter geht's wir müssen es glaube ich noch irgendwo anders hin und nochmals ein foto zu machen ich das richtig gelesen habe aberdeen immer schön rechnung eberlin ich weiß zwar nicht mehr wohin wir gehen aber ich glaube noch ein foto steht auf der liste knappes ding jetzt viel verkehr auf der strecke okay was passiert jetzt ah ok scheinlich einfach so das ist gut das nehmen wir ok doch nicht schade wäre lustig gewesen aber da ist ja gar nichts schönes drauf nur das Meer ohne Sonne und so weiter also naja ihn muss man jetzt nicht so genau sehen im bild aber das sollte gut sein 500 wow naja an inn tier eine ja Du auch, komm. Du auch noch. Bye. Flieg schön. Schön. 1 von 15, Aberdeen. Das Spiel hat schon ein paar schöne Ansätze. Von mir, über die man sich auch lustig machen kann. Wo sind wir jetzt eigentlich? Okay. Irgendwo ganz woanders. Harnenkampf. Harnenkampf. Okay, mal schauen, was dort so abgeht. Also ich kann mir ja schon vorstellen, um was es geht. Aber ich will mal schauen. Oh, wir sind hier bei der Polizei. Das wollte ich nicht unbedingt. Hier hoch. Nee. Da runter. Ich glaube, da vorne konnte man durch. Hier gibt es auch ein paar Vollidioten zum... So. Äh, okay. Der war gerade in irgendeinem... wohl in der Luft fliegen. Wieder ein Neu-Tresor. 5000. Nice, nice. Kleidung gefunden. Jade Schickler. Leinenschuhe. Okay. Hoffentlich sehen die gut aus. Ist sonst noch irgendwas stecktes? Wollte ich nicht, aber gut. Können wir auch so machen. Sehe gerade nichts Spezielles. Dann gehen wir doch mal zum Hahnkampf. Schauen uns mal an, was uns dort erwartet. Beziehungsweise was wir dort machen können. Wait. Da gab es noch was. Nochmal ein Tresor. Auch gut. Die Cosy Type OS gefunden. Eine Kleidung wieder. Hey buddy, you want in? One. Tresor. tone. Da basal. yes. Untertitelung des ZDF für funk, 2017